Liebe YouTube-Freunde, Bauerhausi schafft es doch noch, heute Montag die Rundballen-Häu zu machen. Es scheint noch gerade zu klappen. Wetter ist nicht so wahnsinnig. Es sind schon ein paar Regentropfen runtergekommen. Es hat schon eine Panne gegeben. Die Balle ist nicht gebunden. Zeitverlust, nicht gut? Ja, und das gibt es auch bei der Mech-Hail. Genau. Es hat es nicht gebunden. Die muss noch einmal durch die Maschine durch. Hier die Wetterstimmung. Eine steife Brise auf Südwest. Vielleicht sieht man es. Am Jura entlang ist es eher schwarz, oder es kann sein, dass es dort schon regnet. Bei mir ist es auch noch momentan gut. Vorausgesagt ist Regen diese Nacht. Ich hoffe es auch sehr für meine kleinen Kürbissetzlinge. Wir brauchen da dringend Wasser. Jawohl. Da übrigens eine schöne Aussicht über das Mittelland von meinem kleinen Hügel aus, neben dem Haus. Ja, jetzt geht es. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020